Was ist gewesen unter der ersten Aufgabe? Zerstören die telefonische Verbindung mit den deutschen Gruppen. Wir haben gedacht, Segen ist da, die droht. Wir haben alles gemacht und wir sind schön gegangen und umgekehrt zu dem Platz. Wir sind ein großer Spezialist und wir haben verblutscht. Das ist gewesen der erste Gefühl, dass wir Menschen sind. Ich verstehe, es gibt keine Bäume, das ist alles nur der Krieg. Im Ghetto ist ein Bäum gewesen. In der Schule haben wir ständig fotografiert. Fadenkrieg. Wir blieben im Bäum. Und die Eltern zeigen die Kinder wie im Bäum. Wir haben gelebt in den ersten Zimmern. Dort ist gewesen im Bett. Die Eltern sind dort geschlafen. Mich mit der Schwester auf dem Willen und noch in der Familie. Und in zwei Krise waren wir noch. Ich habe nicht gewusst, wie viele Menschen. Ich habe jetzt seit 16 Jahren übergezählt. Wir haben das Material gekauft. Bis zum letzten Moment. Was ist es von mir? Weil ich habe dort gewonnen. Das ist das erste. Und zweitens habe ich bis zum 2. Mai 1942 getroffen mit Wittenberg. Er hat gewählt die Meinung von der Jugend. Was sie jetzt sagen, dass die letzte Zeit hat gespürt, dass etwas in der Luft erwartet. Und man hat gewählt, intensiv Menschen sollen gehen im Pazisam. Man hat gesagt, du darfst doch kommen. Dann bin ich gekauft. Im Befehl. Das bleibt in Gedanken, Seele, Sachen. Und das bin ich gewählt. Ich bin einfach zum Symphonischen Konzert. Was ist das gefühlt? Verstehen Sie? Heute hat man gespielt. Morgen haben die Menschen gekannt. Die können im Tonar schön sein. Im Tonar sind die umgekommen 100.000 Mal. Aber wie kann es so eine Bitterkeit sein? Nur bei ihm ist es. Wartei, wartei. Oh? So? So vor mir. Das ist von Tonar, das ist durch den Brick direkt. Kalt. Das ist gut. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Und wo immer, zugedeckt. Mit dem Tränen. Ich sagte, im Platz soll nicht regnen. So können Sie sein. Aber später, wenn es ist kalt geworden, es ist dann hinter der Winter, hat man beschlossen, dass man muss, Bäume und Gräber zu machen, wo zu leben. Ich verstehe, ich habe da gelesen, wenn man geht, die Eltern, das ist Liquidation. Weil wir haben da gelebt, dass diese gewisse Aktien, versteht, wie versteht sie? Wenn sie hoffen, das ist vielleicht, aber so ist das Leben. But things escalated in 2008, when in response to antisemitic articles in a newspaper, the prosecutors sent armed, plainclothes police on May 5, 2008, looking for Fania Jocholes-Branzowski and Rachel Margolis. The document they had said they need Rachel Margolis as a material witness in the war crimes investigation against Fania Branzowski. Margoldis is now born, the 27th of October. Sie haben noch Kontakt zueinander? Ja. Ja. Ich kenne ihr vom Vierten Krieg. Darum das ist, ich habe ihr Geschichte in Begrüßung. Und zum Geburtstag. Sie, ähm, äh, sie erwähnt sie in ihrem Buch, habe ich gelesen. Wie? Die Rachel Margolis, sie schreibt von ihnen. Ich weiß. Und das hat... Sie schreibt, wie sie ihnen einen Blumenstrauß geschenkt hat zum Geburtstag. Ja, 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 ja. Es ist, verstehen Sie so? Und das ist wegen Plage. Vielen Dank. Vielen Dank. accountable and given a fair trial. But there were no charges here. This was all a campaign, a political campaign to change the historic narrative. While the perpetrators were being elevated as heroes, a campaign by the government started to accuse survivors and victims of being criminals. It was part of the wider campaign of obfuscation, as I call it, Holocaust obfuscation. Can't deny a single death in Lithuania with more than 250 mass graves all over the country. Holocaust denial has now been replaced by something much worse because it's much harder to pinpoint. It's slippery and it's cunning. It's Holocaust obfuscation. And welcome guys, you're now in the capital of Holocaust obfuscation. And when you come back to the UIS, the German order, they wrote bookpad. Man ist ein Mörter, Giem in Uiszeichen. Aber das hat es aber auch.